Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du hast deinen Namen geändert. War das schwierig? Wie lange bist du schon verheiratet? Seit vier Jahren. Die arme Frau hat keine Ahnung, mit wem sie zusammen ist. Ich weiß gar nichts über dich. Du warst die Tochter meines Nachbarn. Ich wollte nichts von dir. Wo bist du hin? Wieso hast du mich allein gelassen? Ray, kannst du mich hören? Ich war ein dummes Mädchen, das völlig verknallt war. Das ist mein neues Leben. Dafür musste ich kämpfen. Ich hatte alles verloren. Hast du je an mich gedacht, was mit mir passiert ist? Ich hatte Probleme. Ach ja? Was für Probleme? Ich habe den größten, dümmsten Fehler meines ganzen Lebens begangen. Sie haben über mich geredet, mit dem Finger auf mich gezeigt. Mein Vater hat versucht, dich zu finden. Er wollte dich aufspülen und töten. Hey, gib das hier! Ich wollte dir niemals wehtun.